Kaum zu glauben, aber wahr. Homi Big Brother Bewohnerin Catherine Schulze, die ihre schlanke Figur regelmäßig in knappen Outfits auf Instagram präsentiert, hatte vor ein paar Jahren noch rund 20 Kilo mehr auf den Rippen. Wie sie damals aussah, hat sie den Fans erst kürzlich mit einem Throwback-Bild in ihrem virtuellen Fotoalbum gezeigt. Zu dem Foto, das sie in knapper Jeans, Shorts und schwarzem Crop-Top zeigt, schrieb die Reality-TV-Darstellerin, da die Nachfrage wieder so groß war, hier ein Bild aus der Zeit, wo ich curvy war. An Selbstbewusstsein hat es mir trotzdessen nicht gefehlt. Einfach 20 Kilo Unterschied zum jetzigen Zeitpunkt. Von den Fans bekommt die 25-Jährige viel Lob für die Veränderung. Wow, wie du das einfach geschafft hast, kommentierte etwa ein Instagram-Nutzer das Bild. Wie sich Catherine Schulze weiter im Promi Big Brother Haus schlägt, das seht ihr täglich um 22.15 Uhr und freitags schon ab 20.15 Uhr live in Sat.1, sowie in der Late-Night-Show auf Six. Diese läuft täglich um 23.45 Uhr, sowie freitags um 23.15 Uhr. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020